Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem lustigen Browserspaar mit dem Gummibär, mit dem Schleimwösen-Eintopf, mit dem Grantelbart. Ich bin der Grantelbart, ich bin viel zu Fame, um Fake-Namen zu nehmen. Wusste ich doch nicht, dass ihr eure richtigen Namen nicht verwendet, ihr Pisser. Spritztator. Oh, was kann ich machen? Okay, was muss ich machen? Freunde, this is Hexball. Wo ist der Ball? Der ist in der Mitte. Was? Ihr kennt ja die klassischen Fußballregeln, oder? Ja, wie kann ich faulen? Die existieren hier nicht. Achso. So, wir gehen jetzt einfach weiter. Warte mal, wir sollten für das Protokoll sein. Kevin ist Gummibär und ich bin das andere. Und Grantelbart ist Grantelbart. Da ist nur Schleim, da steht nur Schleim. What the fuck? Oh Paul. Ah, ich hab abgewehrt, ich hab abgewehrt. Mit Leertaste kann man schießen. Ich sag's jetzt schon, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Kevin, pass, Kevin, pass. Oh, 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 oh. Ja, nein, da war die Mösen-Eintopf-Einheit schneller. Kann ich irgendwie schneller fahren? Das gibt's doch nicht. Goal. Kann ich irgendwie schneller fahren? Nee, oder? Man fährt nicht, man läuft. Ja, das ist fahren bei mir. Ich bleib mal ein bisschen im Torten. Nein, ich wollte ihn blocken. Los, zu mir, pass. Jawohl, pass. Der war gut, der war gut. Ai, 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 ai. Yeah. Oh, ich bin eins. Du bist eins, ich bin zwei. Los jetzt. Ja, ich muss ja gucken, wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Der Weg zum Ziel. Oh, ja, voll. Wo ist der Kevin auf die Tastatur? Kevin, das war ein Pass. Kevin. Kevin. Ja. Oh, Kevin. Sogar dem Spiel lag der Kevin. Nein. What the fuck? Ach, der schießt dahin, wo ich mit dem Pfeiltasten ziel. Ja, ne, der schießt dahin. Doch. Ja. Ich glaube, das war ein Eigentor, oder? Der schießt dahin, je nachdem wie du stehst zum Ball. Nein. Ich muss meine Tastatur ein bisschen verstecken. Doch. Kannst du mir glauben. Warte, hör mal auf. Lass mich mal, ich schieß nicht in dein Tor. Ja, mach mal. Schau, ich schieß jetzt nach unten. Oh, okay. Oh, okay. Wisst ihr? Sag ich doch. Okay. Okay, passt nicht rum. Wenn ich jetzt ein Tor lege, ich hier den eigentlichen Ball. Oh. Oh. Kevin. Abwehr. Oh, tu sie weg. Ja, da, 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 da rein. Fuck. Oh, du hast mich getroffen. Ja, das war ein Pass. Ach so. Alter, alter. Ja. Geh weg. Zwei gegen eins ist so unfair. Ja, dafür hast du Übung, ja. Ich hab überhaupt keine Übung. Du spielst ja das Spiel 24-7. Du. Ja, ja. Wie du Curve-Fieber, oder was? Ja. Jawoll. Ah, guter Pass. Goddammit. Shit. Oh. Oh, fuck. Fuck. Nein, die Schleimlöse. Nein. Kevin. Nimm ihn. Alter. Lutschbad. Bam. Du hältst dich echt gut. 2 zu 2 für dich. Es ist echt, also eigentlich, wer mehr ist, hat eigentlich gewonnen. Komm übrigens nicht da dran, du musst den berühren. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich blockier dich einfach. Oh. Kevin, die Arbeit machen. Fuck. Nein, nein, nein. Ja, der kommt gut. Oh, Scheißdreck. Können wir dich im Eck einsperren? Kevin. 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 Alter. Scheißdreck. Ja, der hat sich drauf. Der hat sich drauf, eindeutig. Ich bin so schlecht. Der Fußballbad. Ich find die Steuerung ein bisschen schwammig. Warte, fuck. Das war's schon. Mein Spiel. Warte, aber ich muss die Maus aus dem Bild nehmen, hier. Nein, die ist bei mir auch mittendrin. Bei mir nicht. Ja. Kevin, wo gehst du hin? Nicht gut. Nicht gut. Very good. Very good. Not very good. Am guttesten. Oh. Oh, Karma. Kevin. Oh, Scheiße. Holy shit. Holy shit. Ja. Ja. Ihr scheiß Pressbären. Da seid ihr... Pressbären. Bloß, weil du eine Presswurst hast, sind wir doch keine Pressbären, ja? Nein. Sonst frisst du gleich eine Runde Pressack hier, ja? Tudu, das war verdammt gut gemacht. Ja, ich weiß. Schleimlöse. Ja. Mein Gott. King Tudu. Der Tudu hat doch einen Aimbot. Der Tudu hat doch einen Aimbot. Ne, ich pack jetzt die Skills aus. Ich hab's doch gewusst, soweit ihr euch eingespielt habt. Was sage ich, Alter? Ja. A2-2 ist auch fies. Kevin! Kevin! Ja. Also... Ah, fuck! Unternehmengeschossen. Kevin! Pass! Kevin, du Vollidiot! Nein, ich spiel nie wieder mit Kevin! Abstauber! Bun slash Kevin Forever in seine Unterhose. Nicht in die Unterhose. Kevin ist schlecht in dem Spiel. Tudu ist gut. Oh! Oh, fuck! Eine willkommene Abwechslung, oder Tudu? Ja, total. Bist du wohl besser als... Entschuldigung. Das war gemein. War voll gemein. Garrys Mod bist ja auch viel besser. Oh, ich komm damit gar nicht klar auf das Game. Jetzt tu du... Ja! Oh, fuck! Ja, ja, ja! No way! Das kann doch nicht wahr sein! Kevin, das war deiner! Ja, ich weiß, ich hab's... Ich sperr einfach den Gruntl ein. Kevin, wo gehst du hin? Kevin, nach links! Nein, falsche Richtung! Das ist die falsche Richtung! Schiebung! Ich fordere einen neuen Mitspieler! Kevin? Ja? Nein! Oh, nein! Oh, nein! So nicht! So nicht! Alter Rotbart! Fuck! Fuck! Ja! Super gemacht, Kevin! Das war der Pfosten! Das kann doch nicht wahr sein! Yes! Das darf doch wohl nicht wahr sein! Kevin, 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 Kevin! Ja! Der war gut! Der Pfosten war gut! Oh, nein! Ja! Super! Geil! Da schießt einer auch in die falsche Ecke! Bewusst oder unbewusst! Mehr oder weniger unbewusst eigentlich! Eigentlich komplett unbewusst! Eigentlich spiele ich bis jetzt alles komplett unbewusst! Ja! Ich drücke einfach nur die Tasten, die ich denke, dass die richtig zu sein scheinen! Ich kann auch nicht so wirklich! Also, weiß ich nicht! Ich kann 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 nicht! Scheiße! Das habt ihr gewonnen! 4 zu 1! 4 zu 1, ey! Ja! Jetzt wechsle ich ja mal! Zack! Ne! Warte mal! Kevin sollte wechseln, weil Kevin ist schlechter als du! Ja! Würde ich auch sagen! Na toll! Auf einmal bin ich gut, ja! Jetzt bist du gut, Dudu! Ja, super! Jetzt gegen Gu! Jetzt lege ich richtig los! Hoffentlich! Geh mal weg, du fetter Gummibär! Ja! Ja! Kevin! Was ist denn los? Was ist denn los? Schön, dass du ihn mir gleich zugespielt hast! Ja! Verpiss dich! Nein! Nein! Oh Mann! Ach, man kann ja durchs Netz vom Tor einfach durchlaufen! Nein! Ja, natürlich! Das geht! Das ist physikalisch! Oh! Ja, ja! Das ist cool! Absolut! Oh! 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 Da hat er ihn mit seinem fetten Bauch einfach nochmal abprallen lassen, der Fettbart! Ja, ich habe einen fetten Bauch! Fettbart! Schmierbart, Alter! Schmierlappen! Alles gut! Alles gut! Das war voll Skill! Das war voll... Ne! 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 Da! Da! Mach das Ding! Der Kevin vergewaltigt seine Tastatur, ey! Da! Da! Mach das Ding! Kevin! 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 Gewinn! Klär dich bald! Klär das Klärwerk! Nach vorne! Nach vorne! Ja! Ich kann da hinten nicht durch, oder wie? Den Pfosten nicht, aber durchs Netz kannst du. Durch den Pfosten kann man nicht. Das ist wiederum physikalisch unmöglich. Hier! Ja! Warte um! Bist du auch mal an so einem kleinen Pfosten vorbeikommen? Ja! Gut gemacht! Sehr gut gemacht! Ein Traum! Ein Traum! Ein Traum! Dicke Kombi! Ja! In dein Gesicht! No! 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 Au! 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 Ja! Kevin arbeitet heimlich für mich weiter. Oh lol! Das war echt nice! Ich war AFK, das zählt nicht. Ja! 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 Ich musste deiner Mutter antworten. Die hat schon wieder gefragt, was sie heute kochen soll. Hallo! Achso! Ja doch! Stimmt! Ja! Die kocht öfter für mich. Ja! Ich weiß! Deine ist ja im Gegenzug bei mir! Was macht die? Sagt nichts Falsches? Oh! 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 Der war gut! Ja! Nein! Nein! Ja, ich wäre nicht mehr schnell genug rumgekommen. Da hast du recht, da hast du recht. Okay, 4 zu 3. Jetzt würde ich sagen... Ja, was machen wir jetzt? Was? 4 zu 3? Ihr zwei gegen mich? Ich guck mal zu. Du hast gut gespielt. So, warte mal. Okay, okay. Nee, nee. Kevin guckt zu. Ich mach mal. Ich mach mal Spectator. Mach mal eine Runde so. Okay, okay. Schiedsrichter. Ich kann leider nichts machen. Es geht los! Es geht los! Warte! Ja, ich kann es sehen. Das hat ja ein Spectator-Dasein so an sich. Ja. Oh, 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 oh. Ey, wie mir die Stimme grad abkackt. Echt? Warum? Keine Ahnung. Wo sind denn beim Fußball? Da schreit man viel. Ich bin wahrscheinlich im Stimmbruch oder so. Oh, oh, Grantel. Das ist es! Grantel, das ist deine Demütigung, ne? Wenn du beim Fußball gegen mich verlierst. Wobei das ja überhaupt kein Vergleich zu echten Fußball ist. Ja doch, das ist ja genau wie echter Fußball. Ich bin schon einfach... Oh oh. Oh, gut verteidigt. Oh, gut verteidigt. Leopass der Vergewaltigung! Falsche Taste! Nein! Wo hin denn, wohin denn? Schwupp, schwupp! Oho, oho. Alter, Tudu ist gut, der Wichser. Ja, der spielt so Crap-Games in der Hammer. Crap-Games? Ja! Das darf wohl nicht wahr sein. Was geht's da nicht? Wollen wir das verraten, was wir... Ja, jetzt ist ja das Wort Crap schon mehrfach gefallen, dann können wir das Thema jetzt anschneiden. Wir belohnen jetzt einfach mal die Leute, die jetzt noch dran sind. Hört ihr zu, Leute? Ich sag nur Crap-Games, den Rest sagt der Grantlbart. Crap-Games. Mann, das ist... Ach, Hurensohn-Scheiße, wir reden jetzt nicht mehr, wenn wir spielen. So, wer jetzt was sagt, ist ein Hurensohn. Das könnte ein Hinweis sein, Freunde. Das könnte ein Hinweis sein, Freunde. Das, was wir gerade gesagt haben, für das kommende Programm. Mehr sagen wir nicht, ist ja sehr subtil, die jetzt eigentlich weiß. Ja, absolut. Also, ich verstehe es noch nicht, worauf wir da jetzt hinaus wollen. Ich auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Hurensohn muss kacken. Kacken? Super ausgespielt und der Bastard schießt ihn zurück. Ja, 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 ja. Missgeburt. 2 zu 2. 2-2. Blaues Team vor, noch ein Tor, rotes Team stinkt. Blaue schießen, eigen Tor. Schönes eigen Tor. Ja, ich will es spannend machen. Okay, okay. Mir fällt übrigens gerade ein, du hast, das ist deine Pille, die beiden Farben. Stimmt. Bleib mal stehen. Stopp. Stehen bleiben. Du, du bist der Wüste. Okay, weiter geht's. Und? Und schon wieder macht das Spiel Werbung für dich. Ja. Die ganze Welt ist für mich programmiert worden. Vor allem, weil eine Welt auch programmiert ist. Oh nein, das zählt nicht, du verkackte Missgeburt. Ich war abgelenkt. Ich war abgelenkt, das zählt nicht. Okay, jetzt als letzte demütige Runde würde ich sagen, wir beide gegen Kevin. Oh ja, auf jeden Fall. Warum wurschtle ich immer mit der Maus im Bildschirm rum? Ich neige immer zu dir. Du musst ja was auswählen. Wenn Kevin uns jetzt fertig macht, dann können wir direkt unseren YouTube-Kanal schließen. Grandel, ich blockiere ihn los. Los, gib Gute. Mach das Ding, mach das Ding. Den verwandle ich. Ausgespielt. No. Good team play. Oh. 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 Ja. Scheiße. Ja, ja, ja. Los. Wir spielen hier kein Tennis, aber trotzdem ist es der Arsch. Grandel, den machst du. Das erinnert mich aber mehr an Tischtennis von der Optik 1 an Fußball. Oh Gott. Dann will ich ihn verarschen. Dann will ich ihn verarschen und es ist spannend. Hey, Grandel blockiert mich. Dann will ich ihn verarschen und es ist spannend. Also wer hier blockiert, der kriegt einen Block. Ja, dass das mal klar ist. Falsche Richtung, falsche Richtung. Oh. Bäm. Distanzschuss. Kann man den Schuss irgendwie aufladen? Ne, ne? Ne, das geht nicht, glaube ich. Das wäre zu kompliziert. Oh oh. Nicht gedrückt halten, nicht gedrückt halten. Man ist ein bisschen langsamer. Oh Gott. Ja, das war bewusst. Das war jetzt nicht mehr bewusst. Boah, den krieg ich nicht mehr. Geh weg, du blauer Popel. Den krieg ich doch. Ja. Du hast da keine Chance, da auszuweichen. Gezwungen. Oh, sauber ausgeschmiert. Geschmiert. Oh, ich hab's versaut. Ich hab's versaut. Schau mal, wie schnell der Grantl ist. Der Grantl ist schneller als der Kevin. Ja, ich hab ein Speedhack im Browser. Weißt du, ich hab hier Cheat Engine aktiviert und Speedhack gemacht. Ja, du bist zu schnell, das geht nicht. Du, ich spiel nie wieder mit dir. Grantlb. Ich spiel noch in deinem Spiel. Grantlb, was willst du? Der heißt ja noch, du Idiot. Da. Du heißt bei mir eh noch Grantlb. Oh 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 oh, starker. Ich mach's aber ein bisschen spannender. Schleimen. 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 Grantlb. Und Gummib. Gummibä. Steht bei mir. Gummibä. Bäh. 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 Bäh, 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 bäh. Boah, da bin ich, der ist doch schneller, der hat mich überholt. Ja, der hat Cheatet. Da stimmt was nicht. Der hat wahrscheinlich einen Premium-Account für 50 Euro gekauft. Premium-Account für Axtball. Ja, das gibt's auf jeden Fall. Also, liebe Freunde, ich hoffe, wir haben euch mit diesem subtilen Hinweis und diesem lustigen Spiel Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ihr habt den Hinweis verstanden. Ein bisschen unterhalten können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, wir schingen. Macht's gut. Tschüss.